Musik Beim E3 waren es knapp drei Jahre, wo wir immer wieder sogenannte Gesamtfahrzeugerprobungen gemacht haben, in verschiedenen Klimazonen. Wir waren mehrmals in der Kälte, in Kanada waren wir unterwegs, wir waren in verschiedenen warmen Gegenden und wir hatten auch eine Dünenerprobung. Wir sind ja daran interessiert, Fehler zu finden, deshalb machen wir diese ganze Geschichte auch. Ich denke, die Leute waren beeindruckt von der Leistung von den Autos, dass wir doch die große Düne mit allen Motorisierungen so gut hochkommend sind. Ich sage mal, in der jetzigen Abhobungssituation, wir sind im Plan und das ist schon mal ein positives Signal. Musik Ja, es ist ein Härtetest für das Kühlsystem des Fahrzeugs, für die Getriebetemperaturen, alle Achsgetriebe, gerade die Kupplungen, Allradkupplung, Hinterachsdifferenzialsperre, die ganzen Bauteile, das ist ein richtiger Stresstest. Musik Wenn das Auto das kann, dann kann es auch im Schnee gut fahren. Musik Die Bedingungen waren perfekt. Wir hatten auch Glück, wir hatten Schneefälle und die absolute Kälte. Musik Das ist einer der kältesten Orte hier in Kanada. Wir testen unsere Fahrzeuge halt unter Extrembedingungen. Wir haben aktuell ca. minus 40 Grad Außentemperatur. Musik Wir brauchen auch Schmuddelwetter zwischendrin, darum fahren wir auch immer hoch in den Norden, in die Kälte und zurück, damit wir auch die Übergangswetterlagen und auch Schlamm, Steinbewurf, viel Schnee, Tiefschnee, damit wir halt alle Bedingungen abfahren. Musik Der Cayenne ist ein Fahrzeug, das legt da die Messlatte recht hoch. Der muss auch nach so einer Schlammschlacht oder nach Tiefschneefahrten, muss alles funktionsfähig bleiben. Da muss auch noch ein gewisser Fahrkomfort sein, wenn man im Offroad fährt. Das Fahrzeug muss eine Sicherheit ausstrahlen, eine Ruhe. Ein SUV, der muss das einfach können. Musik Wir wollen sehr viele Kilometer fahren, in verschiedenen Fahrzuständen. Das heißt, wir wollen Städte sehen, wir wollen Landstraßen sehen, wir wollen Berge sehen. Um möglichst, ich sag mal, viele Fehler zu finden, dann natürlich auch entsprechend abzustellen. Musik 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 Untertitelung. BR 2018